Hallo liebe Freunde von CryptoTV. Freut mich sehr, dass heute wieder mit reingeschaut habt. Heute geht es um eine ganz tolle Projektidee von René Resch. An René Resch seinen Kanal müssts unbedingt mal reinschauen, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es zahlt sich aus, sind sehr lustige Videos und auch gute Videos zum Nachdenken. Aber kommen wir mal zu der Idee, die er hatte. Er ruft uns alle auf, also nicht nur mich, sondern euch auf den Sofas, die vor den Monitoren sitzen und dieses Video hier betrachten. Es geht darum, er möchte gerne ein Gedicht machen, darum bittet er euch mitzumachen. Es geht nur um einen Satz, den ihr in dieses Video sagt und das bedeutet, Liebe und Frieden für Mutter Erde. Also ganz kurz und einfach. Ist keine große Hexerei für euch. Das habt ihr in ein paar Minuten fertig gemacht. Man braucht nichts Großes Künstlerisches aufführen. Es geht nur um diesen Satz. Am besten im Video Format. Drum macht vielleicht ein Video mit einer schönen Location. Also am besten eine schöne Location auch noch finden. Senden könnt ihr ihm dann diesen Satz unter René Resch 80 at gmail.com Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, ja. Ich denke mal, es ist eine ganz wichtige Idee auch, weil gerade heute in diesen Zeiten, wo viele Menschen noch viel mehr Sorgen und Ängste haben im Corona-Zeitalter, sollten wir uns gegenseitig unterhalten. Ja. Es freut mich, dass alle wieder mit vorbeigeschaut habt. Bitte macht es einfach mit. Es geht noch bis zum, ähm, 3.5.2020. Und Jänner, Februar, März, April, äh, geht sogar noch bis 3. Mai. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, ist es keine große Hexerei. Also bitte. Ihr seid jetzt gefragt zum Mitmachen. Tschüss. 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 Vielen Dank.